ok hätten wir die stelle jetzt endlich geschafft weil so schlimm war es an sich gar nicht fritz jetzt bloß hier schaden ich will es auf dass ich oben rum muss prima ok dort sind es zwei Und der zweite Ich tue hier sehr viel um mit der Pistiliano-Rust-Gemann-Tier Woran ist das denn für einen? Moment, nicht bekannt Okay, hier ist niemand Uniform, kannst du meine Position in Bezug auf das Scharfschützenlässt angeben? Es ist noch zu heiß Verstanden, Racer, wir sehen Sie Dieses Gebäude sollte einen besseren Blickwinkel auf die Feindposition ermöglichen Einsatzregeln sind zurückschießen, wenn auf Sie geschossen werden Also, Sie können angreifen Herzlichen Dank Jetzt müsste man nur wissen, wo hier der Scharfschütz rumgeführt hat Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter Hat der Scharfschütz hier wirklich alle ausgeschaltet? Kommt, gebt doch mal einen Schlüssel von euch ab Ach, Dota hätten wir ihn Ja, und den haben wir sogar getroffen Optimal Zweite Hock dort oben Rekke Garte Scheiße Boah Hier ist noch ein Dritter Heilige Scheiße Ich habe gedacht, der schießt mich hier aus so einer Ecke oder so Wow Ah, da drüben Oh, zum Hintergrund Okay, Minipack Ist das der? Nee Irgendeiner Ecke hockt der Alter Ich finde den nicht Doch Na Ah, unser Zivilgetarnt Aufkumpel So Hier ist Razor 3-2 Bestätige, alle Scharfschützen sind eliminiert Was ist auf der Straße los? Ich verstehe Sie laut und klar, 3-2 Heavy Bird sagt, dass die Guerilla-Angriffe zunehmen Am besten, sie nutzen die als Ablenkung Oder schicken die Urbeweg von der Straße Over Bin unterwegs Gut, das könnte sich jetzt hier um eine deutlich längere Mission handeln Habe ich für die dumme Vermutung? Wie komme ich jetzt hier durch? Hä? Wahrscheinlich hier hinten rum Es geht dort ab Sieht aus, als ob der einzige Weg nach unten ist Ja Ja, vielleicht auch besser so Ah, da sind Leute Aha, okay, die stehen alle dort oben Hm, für einen Doppelabschluss reicht es gerade so Och, gegen Pfosten und noch geschossen Ich weiß nicht, was da aus Laden wir erstmal nach Hm, dort dahinter So Hier unten müssen irgendwo noch zu wehe sein Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht gehört Wo man schützt sich's denn Hm, ja, Steelkill halt So Einer weniger Gut Ja, das alle Hallo Hallo Wer heult denn jetzt hier rum? Geh doch mal hoch Hm, Note? Fragezeichen? Kann ich mich hier nicht auch hinkauern? Ich bin hier drinnen Uniform, ich sehe das Hotel, over Okay, suchen Sie eine Stellung auf dem Obergeschoss Dann haben Sie bessere Übersicht Alles klar Was sind Sie dort? Was sind Sie dort? Ich muss doch einfach stehen bleiben können, das sei mir fast lieber gewesen So Ach du Scheiße Na, das war's denn doch Ja, das war's Das hätte ich jetzt Ich hätte mich dort nie Uniform, ich sehe das Hotel, over Okay, suchen Sie eine Stellung auf dem Obergeschoss Dann haben Sie bessere Übersicht Ja, das war's denn 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 Jetzt müssen wir uns hier nämlich noch durch diesen scheiß Park kämpfen So, niemand hat uns gesehen Perfekt Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier ein 3er-Kill wird Nee Und Doppelabschluss ist deutlich drin Oh, oh Scheiß Idee Scheiß Idee Fuck Ich bin auf die falsche Seite gegangen Uniform, ich sehe das Hotel, over Okay, suchen Sie eine Stellung auf dem Obergeschoss Dort haben Sie bessere Übersicht Wie gesagt, zum Glück ist hier gleich der Speicherpunkt um die Ecke so Ja Nee, du siehst mich jetzt nicht Probieren wir's halt nochmal auf der gleichen Taktik Gut, die sind weg So, du warte ich wieder bis der Vornherum steht Gut Und dann den Doppelabschluss wieder Und ich würd's sagen Dann Ja, den Doppelabschluss ist da leider nicht machbar vom Winkel her Aber geil kämen sicherlich Aha Ich hoffe, ich geh jetzt einfach mal hin die Ecke Schön Und tschüss Und da ist noch einer auf dem Weg Hübsch Oh, ist das niedlich, wie sie alle vorbei rennen in der Ecke Nice Oh Das ist noch einer incoming Jo, tschüss Und tschüss Also, Snipern mach ich mir jetzt hier gerade wirklich überhaupt nicht viel draus Okay, ich glaube, der kommt doch nimmer Bloß hoffen, dass der mich das nicht erledigt Ja, das ist natürlich auch eine ziemlich geile Taktik Sich dann einfach nacken zu verkriechen Ah, dort ist er Jetzt nicht mehr Ja, können wir auch gleich mal nachladen Uniform Am Hotelangang wimmelt es nur so von Feinden Ich sehe einige schwerbewaffnete Feindpositionen Bitte um Anweisung Andersen, es gibt keine alternative Position Das Parlamentsgebäude zu überwachen Es ist erforderlich, dass Sie da durchkommen Ich schlage vor, dass Sie den Feind flankieren und ihn überraschen Mal sehen, was ich tun kann 3-2-out Äh, wo sind denn jetzt hier Feinde? Also mein Radarsack wird zuerst mal nichts Entweder ich habe die schon alle aus ihrem Bau gescheucht Hier ist doch niemand Wehe, ich sterbe jetzt hier Nur weil dieses scheiß Teil mir dort nicht mit sagt Ah, hier ist ja wirklich Tote Hose Na, jetzt gehen wir einfach mal dort rein Oh, da, jetzt hätte ich den etwas übersehen Umgebung sicher Der auch Hör, das ist aber Arikana, greift ihn Ach, du Tinten Ja, jetzt bleibt doch wenigstens so stehen Quack viel Ah, okay Ich bin fliegen geblieben Nein, ist Die Waffe leer, die Krise Jetzt die Piste Boah, das war jetzt auch wieder mies, ey Ja, jetzt wird die Musik wieder unendlich laut Ah, okay Ah, dort dahinter Bam Und Treffer Alle Ziele vernichtet Weiter zum Overwatch Wieder ein Geheimnis gefunden Bewegung in der Nähe des Parlamentsgebäudes Die wollen auf Sie los Berichten Sie, sobald Sie in Position sind Ich bin jetzt hier durch Nein Ich glaube, ich muss jetzt hier runter Ja Okay, mein Radar sagt mir, dass hier nichts los ist Dann traue ich dem auch mal Das Spiel wird gespeichert Bloß, gut Also Mist, wie vorher Das ist ja echt das letzte Okay Das ist niemand neu ist Hier erreichen Sie Beobachtungsposten Hier scheint niemand da zu sein Noch nicht Ich bin gespannt, wie lange das so bleibt Ah, abgeschlossen Okay Was zur Hölle Uniform, ich sehe, Maddox Aber irgendetwas stimmt nicht Scheinbar wird er nicht gefangen gehalten Anderson, Dias Ich komme gleich zum Punkt Wir haben ein bisschen spioniert Und einen Anruf von Maddox Der aus eurer Basis kam Abgehört Das müsst ihr hören Ich sagte doch Alles ist vorbereitet Macht dir keine Sorgen Um unseren Schützen Cole ist so leichtgläubig Wie ein bekiffter Teenie Sobald ich einen auf Gesetzesüter mache Wird dieser Robocop Auf alles reinfallen Spiel einfach seine Rolle Und alles ist in Butter Alles klar Ein gierigen Idioten zu spüren Sollte dir leicht fallen Was soll das? Denk dran Maddox war derjenige Der den Kontakt zu Marinoff Erst hergestellt hat Die haben uns einen Tag verarscht Und hatten das die ganze Zeit geplant Ihr plant im Niemandsland Von Milizen gefangen zu werden Und sich dann einfach zu versöhnen? Wir wussten, dass Fladitsch Der serbischen Armee Waffen abnahm Um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen Hielten es aber für unwichtig Jetzt ist er tot Und sie können sich alles unter den Nagel reißen Nicht dein Ernst Die Beweise sind deutlich, Sergeant Wir wurden einfach verarscht Okay Oh, ich glaube ich soll jetzt Maddox erschießen Ist das jetzt in Ernst, dass ich das dadurch getroffen habe? Okay Fuck Ja, das war's Die Maddox Die Freundschaft zu Maddox Naja Okay Die Naja Ist unbeschreiblich Was hätten wir hier noch? Alarm ausgelöst 14 getötet Naja Okay Das ist auch total beschissen Die Gesamtgenauigkeit Geht dahin aber wieder Und Naja gut Machen wir mal weiter Machen Sie so